Fitness-Influencerin Sophia Thiel hat sich nach ihrer Teilnahme bei Let's Dance erneut aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Jetzt verrät sie den Grund dafür. Sternchen-Trigger-Warnung In diesem Artikel geht es um psychische Krankheiten, Essstörungen. Bei manchen Menschen kann dieses Thema negative Reaktionen auslösen. Bitte sei achtsam, wenn das bei dir der Fall ist. Seit Ende Februar begeisterte Sophia Thiel ihre Fans mit Tanz-Moves auf dem Let's Dance-Parkett an der Seite von Profi Alexandru Ionel. Doch seit ihrem Ausschieden in der achten Sendung wurde es ruhig um die Fitness-Influencerin. Seit nunmehr zwei Monaten hat sie sich nicht bei ihren 1,4 Millionen Instagram-Follower-Innen gemeldet. In einem Interview mit dem, Spiegel, verrät sie nun den tragischen Grund. Sie sei nach dem Ausschied aus der Tanzshow, krank geworden, und dann emotional eingebrochen. Ich hatte auch leider wieder Fressattacken und geriet durch den Kontrollverlust in eine depressive Phase. Bei Instagram hat der Internetstar noch einmal ausführlicher über die Zeit nach der Tanzshow gesprochen. Bezogen auf die depressiven Phasen erklärt sie, Manchmal fällt das glimpflicher aus, und dieses Mal war es wieder volle Breitseite. Sie habe sich nach Let's Dance keine richtige Pause gegönnt und Vorboten nicht erkannt, so Sophia weiter. Und dann kam das große Loch. Selbst kleinere Dinge wie E-Mails schreiben, seien ihr schwergefallen. Sophia Thiel 2019 Rückzug für zwei Jahre Damit fiel Sophia in ein altes Muster zurück. Auch im Jahr 2019 stellte sie bereits ihre Social-Media-Aktivität ein, und zwar für ganze zwei Jahre. Überraschend meldete sie sich schließlich in einem YouTube-Video bei den Fans zurück und berichtete von ihrer Essstörung mit Binge-Eating-Anfällen und Bulimie und einer daraus resultierenden Depression. Gewichtsschwankungen gehörten demnach schon immer zum Leben von Sophia dazu, doch 2019 kapitulierte ihr Körper vor dem intensiven Bodybuilding-Lifestyle. Mit Hilfe einer Therapie versuchte sie sich zurückzukämpfen, und hatte das bis dato auch geschafft. Mit Hilfe einer Therapie versuchte sie sich zurück. 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 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.